Ich finde einfach cool, die Idee in der Organisation gefunden zu haben, von der ich ganz klar wahrnehme, dass es im Bereich einer Jugendcoaching einfach die erste Adresse in Deutschland ist. Und da ist es einfach schön zu sagen, ich habe da noch zugehört. Mein Name ist Konstantin Weimar. Ich arbeite als Jugendcoach in Hannover. Ich arbeite unter anderem mit Schulklassen im Alter von 14 bis 21 Jahren im Kontext Berufsfindung, Beruf und Berufsorientierung. Und ich habe, als ich eine EP-Ausbildung gemacht hatte und mich zum Coach auch ausbilden lassen, habe ich das Gefühl, ich würde gerne auch eine Ausbildung machen, die sich mit dem Thema Jugendarbeit mit Kindern und Jugendarbeit beschäftigt, um nochmal speziell Tools kennenzulernen, speziell da wir mit jungen Menschen eben wichtig sind. Und da bin ich dann auf EPG gestoßen, noch ziemlich schnell, weil wenn man nach Jugendarbeit, Kindercoaching, Jugendcoaching im Internet sucht, dann kommt man da eigentlich kaum noch vorbei. Und da habe ich mich ein bisschen informiert, habe das Glück gehabt, dass ich Kontakt bekommen habe zu unter Leuten, die die Ausbildung bereits gemacht haben, habe dann ein Positives darüber gehört und habe mich dann dazu entschieden, diese Ausbildung zu machen. Ich habe super Tools kennengelernt, die ich vor allem in der Einzelarbeit nutzen kann. Wenn ich arbeite durch einen Klassenkontext mit Schüler, dann habe ich ein paar Einzelcoaching. Da habe ich sehr gerne von Tools kennengelernt, das habe ich mir auch erhofft im Vorfeld, das ist total erfüllt worden. Das ist die eine Komponente. Und die andere Komponente ist die, dass es einfach klasse ist, mit anderen Menschen zusammen zu sein, mit anderen Teilnehmern zusammen zu sein, die auch für das Thema brennen, für das sie auch beteiligt werden, nämlich wirklich jungen Menschen ihre Potenziale zu bringen, dabei zu helfen, ihre Potenziale zu enthalten. Und das ist einfach toll, in so einem Feld zu sein, mit solchen Menschen zusammen zu sein, die auch dafür brennen und sich da auszutauschen und da Kontakte zu knüpfen und dann wieder gerne eine Idee dafür, oder man erzählt sich von den Ideen, die man so gegenseitig hat und das ist einfach toll. Der Unterschied war tatsächlich der, dass es ja ausschließlich oder vorwiegend um die Arbeit mit jungen Menschen geht. Und das war ein Methoden, die wir kennengelernt haben, immer wieder der Fokus darauf gelegt wurde, wie mache ich das mit Kindern und wie mache ich das mit Jugendlichen. Das war eigentlich der Hauptunterschied. Ich habe in meiner NLP-Ausbildung, auch in meiner Coach-Ausbildung, viele Tools schon kennengelernt, die wir hier auch behauptet haben. Allerdings, jetzt haben wir gerade den Timer-Macher zum Beispiel hinter uns, die hat mich im NLP ganz anders kennengelernt und jetzt nochmal im Kontext kennengelernt, wie sie, denke ich, auch vor allem für junge Menschen richtig viel Sinn macht. Und das ist so der große Unterschied, dass dieser Fokus, wie sie auf diese jungen Zielgruppe gerichtet ist. Das ist genau das, was ich haben wollte. Was ich sehr wohntuend bei Daniel finde, das ist schon besonders, ist diese völlig fehlende Selbsterstellungs-Dran. Also das ist ja auf einer Art nach Größen, wo man sagt, es geht überhaupt nicht um ihn, sondern es geht wirklich immer total um die Kids. Und ich finde es einfach schön, dass er in seiner ganzen Mimik und so weiter, in seiner ganzen Art, wie er sich auch bewegt, oft irgendwie wirkt wie ein Kind, wie ein sehr junger Mensch, während er da noch jungen Menschen spielt und merkt, was da total drin ist. Also man merkt einfach, dass er sich total gut wie diese jungen Menschen hineinfühlen kann. Und das ist schon besonders.